Das ist genau dieselbe Strecke wie die erste davon, nur dass da noch so eine 8 oben dran ist. Ja. Das ist genau dieselbe. Das ist halt komplett unnötig. Der Vorgänger von dem Spiel hat aber bessere Kritik mitbekommen. Von 1999. Der PC war das. Erster. Das Gesicht irgendwie näher dran? Naja. Ich glaube nicht, oder? Hä? Ich glaube nicht. Was können wir dir erinnern? Der leckt. Nein. 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 Als ob der hinter mir ist. Alter. 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 Ich würde mich doch verarschen. Alter. Ich habe ja so ein heftiges Standbild mit Lex. Alter. Alter. Hier ging gerade. Ich wurde gerade übertrieben überholt. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe die Schwerke gewinnt. Ich habe die Schwerke gewinnt. Mal sehen. Mal sehen. Ich habe die Schwerke gewinnt. Ich verstehe auch wieder nicht, wie der das geschafft wird. Fick doll. Alter, wie weit er nach vorne gesetzt wurde. Alter, ab hier für jedes Mal anzulenken, das ist der Wahnsinn. Ja, dann machst du jetzt Nägel mit Köpfen, oder wie das heißt. Nägel mit Köpfen? Ja, das sagt man auch so im Volksmund, ne? Weiß ich nicht. Ich höre, dass du irgendwie die Scheine fährst. Ja. You know you should be sleeping with a crystal. Latter die Herr. Crystal. Marlon und die Ölfelder. Das ist mein neuer Roman. Boah, das klingt ganz okay. Ah, der erste braucht die Abkürzung nicht. Ich will dir da jedes Mal wieder richtig heftig drauf verzichten. Ja, der kommt trotzdem nur knapp hinter dir. Das ist ja nicht mein Problem. Na. Ja, dafür hast du ja jetzt trotzdem eins gewonnen, weil du ein Chipschill hast. Ja. Aber der hinter dir hatte das, der ist auch weitergefahren, ist voll nach rangekommen. Ja. Alter. Habt ihr eigentlich auch da irgendwas anderes, als du diese Scheisse gewiss hast? Bin ich auf der Strecke. Oh oh. Oh oh. Und zweit. Junge, das gibt es nicht. Und da übernimmt er den letzten paar Meter und gewinnt. Und da schießt Fan ins Ziel. Kurz weiter. Alter. Eine Strecke gewinne ich auf jeden Fall. Junge, du willst mich doch verarschen. Alter. Das ist un-fucking-glaublich. Richtig geil. Es muss halt jetzt fallen, also am meisten Angst habe ich vor der Horror-Map jetzt in dieser fucking Steuerung. Es wird halt unmöglich. Wenn du die Abkürzung kannst du knicken. Diese Brücke oder was war das? Ja, dieser kosche Balken. Ach dieser. Ach dieser. Ach dieser. Ach die Scheiße. Und die Bücherei machst du auch irgendwie durch? Und dann den Scheiß hier? The fuck. Mann, wieso passiert nur mir das? Manche überschlagen sich und bleiben in einer halben Runde liegen. Ja. Und? Ja. 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 Ich passe dir. Ja. Ja. Ganz locker. Ja. Zack. Ja die Strecke ist ja schon 105 mal gefahren. Ja natürlich. Ich bin noch behindert. Dieser Balken war ja nämlich in der dritten Strecke. Äh. Ah stimmt. So ist das. Die Strecke ist relativ einfach. Ja. So. Natürlich hat er das auch. Alter. Guck mal. Da gibt's direkt die Quittung. Warum hat er das auch? Ja die könnte sicher auch wären. Die setzt ihren Scheiß halt auch immer erst ein wenn ich meins auch einsetze. Ja er denkt so ich führe da behalte ich einfach mein Ding wenn ich dann abfallert schieße sie zurück. Ich bin mega schlau bei den Lixxer gewesen. Schon wieder. Ich glaube mit 4 kann man zurückwärts fahren. Zurückwärts. Zurückwärts. Zum. Ma. Leiter. Gut hängt da? Wie kann man da hängenbleiben? Sechster Na Oh Oh, achte Ich verliere das Mann Das ist ein Fake-Ding Deine Rakete Und hier geht es wieder richtig ab Spaß Und Öl Das Ding hat mich nur durch die Kurve gebracht Ja Das war jetzt nicht zuerst das zu sehen Ja Ne Oh Ich darf schon wieder fast hängenbleiben Ja, wenn der immer nach links lenkt Ja Ja Oh, Fünfter ist aber trotzdem nicht gut genug Fünfter ist richtig scheiße Musst du noch irgendwie aufholen Tja, du musst jetzt das Item da kriegen Weil dann ist die Runde gleich vorbei Ja Boah Ja Oh, Fünfter Und Vierter Vor dem Rival Du musst vor dem Alter Oh, jetzt gewinnt er Ja Ja Junge, ich hasse dieses Spiel Ein Punkt Ja Oh, oh Und das ist jetzt die letzte Strecke Das gibt es nicht Ich muss diesen Wichse gewinnen Was ist denn das in der Kackstrecke Was ist denn das in der Kackstrecke Ah, na klar Ja Ja Ah, guckt der Eifern nach hinten Junge Junge Ja 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 Ich muss ein Land fahren Naja Ja 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 Ich muss sein Wasser fiel schneller als Ich kann nichts machen Oh Gott, was fuck ist das War das wieder behindert Wenn das jetzt doch kein Mist Kann ich gar nicht Nee Also ich krieg jetzt irgendwie die ganze Zeit Nitro und die fahren irgendwie nur auf Land. Ja, das ist so'n übel Vorsprung. Sechster? Nein! Ich hab schon gedacht, das wird jetzt nicht landen. Ja. Ha. Hä? Ne? Die will ich weg, weil alleine kannst gar nichts dran kommen. Den kannst du jetzt weg schicken. Tja. Dritter ist noch drin. Okay, doch nicht. Okay. Hä? Nee. Also ich will nichts sagen, aber das wird nichts. Ja. Ja. Oh oh, nicht treffen lassen. Gewitter. Ja. Der erste ist ein Ziel. Gibt's nicht. Der dritte ist ein Ziel. Du kannst vierter noch werden. Das ist ganz knapp. Fünfter? Oh. Dritter. Ich muss aber die ganze Zeit mit diesem scheiß Handicap fahren, Alter. Das regt mich übels auf. Ich hab ja gesagt, stell dir das doch einfach um. Nö, ich würd hier du's rennen, ja. Ja. Hätte ich ja auch können, können, können. Hm. Junge, beim ersten Mal war das so easy alles. Ja, da hab ich ja den Weg auch gesagt. Ja da hab ich.